Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Vor uns liegt das Pinguin-Gehege. Ja, wer mag sie nicht, die Pinguine. Außer wenn sie gerade von irgendwelchen merkwürdigen Vögeln komplett zerrissen werden. Ja, die Sensoren haben die stinkende Möwe entdeckt, die dich zum Abstürzen brachte. Schnäppst sie dir. Ha, die Pinguine haben eine Stratu ihres Königs am Ausgang gerichtet. Versuch da rauszukommen. Töte diesen widerlichen Vogel und sieh zu, dass die Statue da wegkommt. Und okay, ich wüsste nicht, dass uns irgendeine widerliche Möwe irgendwo zum Absturz gebracht hätte. Ich dachte, wir wären einfach in Meteoriten geflogen und sind so auf Silicon Valley gelandet. Aber gut, wenn denn meins, dann wird das so sein. Ja, hier haben wir direkt einen Lautsprecher am Start. Leider sind die Schneeballe nicht stark genug, irgendwas mit den Lautsprechern zu machen. Ja, da unten sehen wir es auch schon. Die widerliche Möwe. Sieht zwar nicht aus wie eine Möwe, aber scheinbar soll es eine sein. Es sind in der Tat ein paar Schläge auf sie möglich mit den Schneeballen. Ich glaube, so zwei Treffer kann man landen. Aber ich glaube, es ist völlig unmöglich, sie zu erledigen, bevor sie losfliegt. Also ja, wir werden die Möwe erstmal auftreiben müssen irgendwo in dem Level. So, hier vorne kommen wir leider noch nicht weiter. Wir können uns allerdings hier vorne ein bisschen dieses kleine Becken angucken. Und hier vorne im Wasser sehen wir jetzt die ersten Unterwassergegner. Ja, uhu, wobei sie nicht wirklich Gegner sind. Denn diese Fische, ja, sind nicht sehr wehrhaft, muss man sagen. Die können sich einfach nicht wehren, die Armenviecher. Naja, ich weiß nicht genau, wie wir die unter Wasser mit Schneeballen abwerfen. Das müssen verdammt stark beschleunigte Schneebälle sein, dass sie unter Wasser noch weiterfliegen und dann noch Schaden anrichten. Aber gut, scheinbar kann unser Pinguin das. So, und hier haben wir unser erstes Unterwassertierchen. Typ Cooler Kabel, yo. Wow, was für ein genialer Name. Umgebung, Eis. Fähigkeit A, Springen. Fähigkeit B, Temposchub. Wasserresistenz, Exzellentmasse. Winzig, Panzerung, Leichtstärke, Schwachzugkraft. Sehr dumm, Fallhöhe, Mittelproduktion, sehr kurz. Antrieb, Düse, Intelligenz, Mittel. Ja, der coole Kabel, yo. Ja, nochmal ein sehr schöner Name. Kann in der Tat nichts, außer unter Wasser zu schwimmen und einen Doppelsprung zu machen. Beziehungsweise er kann normal springen und kann sich dann in der Luft durch nochmaliges Drücken von A, nochmal ein bisschen nach vorne boosten. Ja, das ist auch schon alles, was er kann. Hier, damit ist man relativ schnell unterwegs. Allerdings nützlich ist es nicht so richtig. Leider. Ja, dann erstmal wieder zurück in den Pinguin. Denn wir wollen die anderen beiden coolen Kabeljaus, toller Name, die wir hier noch rumschwimmen haben, auch erledigen. Bam, bam. Ja, ich wünsche, es gäbe eine einfachere Möglichkeit, jetzt mit den Schneebellen auf sie zu werfen. Aber leider sind die Schneebellen unsere beste Option, um diese verdammten Kabeljaus zu erledigen. Ähm, komm her. Gott, ich wünschte die... Ja, Schneebellen würden ein bisschen besser automatisch zielen auf die Dinger unter Wasser. Na, komm, noch einer. Ich glaube, wir sind zu nah dran. Komm, gehen wir ein bisschen weiter weg. Jawohl, jetzt treffen wir ihn. Äh, es ist immer besser, in einer geraden Linie zu den Fischen zu stehen. Dann ist es besser, sie zu treffen, als wenn man so ein bisschen schräg schießen muss. Ja, wir haben alle drei coolen Kabeljaus erledigt. Und dafür aktiviert sich, was auch sonst... Pling, die Trophäe! Die Trophäe eines Pinguinkönigs. Sehr interessant. Fürs Töten von coolen Kabeljaus kriegen wir die Trophäe eines Pinguinkönigs. Macht total Sinn. Aber naja, was soll's. Und da oben haben wir ein bereits deaktiviertes Walross. Und das werden wir auch brauchen. Also, gucken wir mal, dass wir uns das Vieh erstmal hier schnappen. Rup. Mit dem Pinguin Hinner. Auf den Moment vorher können wir noch eben die violette Energiezelle einsammeln. Denn mit dem Walross ist es immer so schwierig, sich hier oben auf der Schneefläche sinnvoll und sicher zu bewegen. So, Walross. Na, dann los geht's. Die Raketen hier können wir erstmal benutzen. Ach, sehr schön, um die Musik ein bisschen leiser zu machen. Wunderbar, wunderbar. Ich liebe es immer, wenn man die Musik irgendwo ein bisschen ausschalten kann. Obwohl ich die Musik in dem Spiel eigentlich sehr gerne mag. Ich mag einfach dieses, äh, ja, kleine Gimmick, dass man die, ähm, ja, Musik überhaupt ausschalten kann. So, das Walross ist jetzt schwer genug, um hier diesen Eisblock zu bewegen. Und wir kamen ja da vorne gerade mit dem Pinguin nicht über diese kleine Schlucht. Naja, Schlucht, aber diese kleine Einkerbung hier drüber. Also schieben wir da jetzt den Eisblock rein. Uah, komm schon. So, leider haben wir mit dem Walross hier keine weitere Möglichkeit weiterzukommen. Von daher müssen wir das zurücklassen. So, dann schnappen wir uns hier vorne. Upsa, ich wollte eigentlich den Fisch schnappen, aber irgendwie sind wir dran vorbeigeprescht. Wow, äh, ja, das war der weiteste Monsterwechsel, den wir seit längerem hatten. Oder Tierwechsel, besser gesagt, sind hier keine Monster. Ein paar davon sind schon Monster. Aber es sind mehr Robotertiere als Monster. So, ja, also mit dem Pinguin können wir uns jetzt hier vorne weiter bewegen. Hop, hop. Hop, leider ist diese Kante hier nicht so gemacht, dass man mit dem Pinguin einfach hochgehen kann. Wir müssen also in der Tat die Kante extra hochspringen. Irgendwie merkwürdig. Und ja, dann rüber auf die andere Seite. Uhu, hier vorne haben wir gerade schon gesehen, sind ein paar weitere Pinguine. Und wieder eine kleine Kante, die ein bisschen zu schräg für unsere Pinguine ist. Ja, danke, liebes Spiel, lass mich doch bitte hier hoch. Wunderbar. Ich liebe dich. Das sind sehr merkwürdige zwei Pinguine. Ich hab so das Gefühl, die sollten mal irgendwie eine Geschichte bekommen oder eine Rolle in diesem Level bekommen. Aber irgendwie machen diese beiden Pinguine nichts weiter in diesem Level. Außer einmal, ich liebe dich, zu sagen. Und jetzt sind sie einfach zusammen hier vorne. Und sind zusammen einmal diese Klippe darunter gesprungen. Ja, die machen nichts für uns, diese beiden Pinguine. Die machen auch nichts gegen uns, diese beiden Pinguine. Und die sind auch für sonst in diesem Level nichts mehr gut, diese beiden Pinguine. Denn wir sind ja schließlich schon ein Pinguin. Ähm, ja, sie sind halt jetzt da, die beiden Pinguine. Ähm, ja, davon ab hier vorne haben wir einen Eisbär auf Ketten. Den wollen wir nicht unbedingt als Pinguin angreifen. Erstens dauert es eine halbe Ewigkeit, ihn zu töten als Pinguin. Das ist natürlich möglich, es ist auch nicht so übermäßig schwierig. Aber es dauert eine halbe Ewigkeit. Und wenn der Typ uns angreift und uns trifft, dann sterben wir relativ schnell. Wir sollten uns, wenn wir es denn versuchen wollten, mit dem Pinguin den Bären zu erledigen, irgendwo auf eine kleine Erhöhung stellen und dann feuern wir einfach auf ihn runter. Es ist dann wirklich kein größeres Problem, den Eisbären zu erledigen. Aber nervig ist es schon. Und wie gesagt, es ist eine ewig lange Angelegenheit. Also warten wir erstmal auf ein Tierchen, das mehr Schaden an dem Viech machen kann. Ja, wir sehen noch, die beiden Pinguine folgen uns aus irgendeinem Grund. Aber wie gesagt, wir können trotzdem nichts Sinnvolles mit den beiden anstellen. Außer sie vielleicht als Kanonenfutter für den Bären da vorne zu benutzen. Aber wir sind ja kein Pinguinkönig. Die beiden hören nicht auf uns. Die beiden sind nicht unsere Armee wie bei dem Rattenkönig. Und selbst wenn sie eine Rattenarmee wären, würden sie nicht für uns kämpfen, solange wir der Rattenkönig wären, weil er verbackt ist. Tja, immer wieder irgendwelche Probleme. So, mit dem Aufzug können wir uns hier auf die nächste Ebene befördern. Und jetzt müssen wir als Pinguin diesen lustigen Raketenhusky da vorne töten. Das ist zwar keine ganz leichte Angelegenheit, aber es ist deutlich angenehmer, wie man sieht, als den Bären da unten zu erledigen. Denn so viel hält der Husky zum Glück nicht aus. So, ein Husky auf Skiern. Typ Schlittenhund. Umgebung Eis. Fähigkeit A, Temposchuh. Fähigkeit B, Raketen. Wasserresistenz dumm. Masse mittel. Panzerung leicht. Stärke mittel. Zugkraft sehr dumm. Fallhöhe mittel. Produktion mittel. Antrieb elektrisch. Intelligenz mittel. Hier haben wir also das Gegenstück zu dem Raketenhund aus dem Europagebiet. Und mit diesem Raketenhund hier haben wir deutlich bessere Karten und schnellere Möglichkeiten, den Bären da unten zu erledigen. Rup, erstmal Energie einsammeln. Ups, ich will hier nicht runterfallen. Ja, dankeschön. So, und außerdem brauchen wir den Raketenhund, um hier oben einiges einzusammeln in diesem Level. Aber bevor wir uns wieder nach unten begeben, gucken wir erstmal, dass wir hier oben diese Rampe benutzen, um den Rest in diesem Level zu bekommen, den man hier oben so einsammeln kann. Denn sonst ist es immer so nervtöten, sich den gesamten Weg wieder hochzuarbeiten. Komm schon, ein bisschen mehr Speed. Man muss hier oben sehr vorsichtig sein. Da vorne ist übrigens die Möwe. Denn wenn man hier runterfällt mit dem Schlitterhund, was nicht ganz einfach, äh, was nicht so niederlich schwer ist. Jawohl, Aufgabe führt, dass die Möwe getötet. Dann hat man einen langen Weg vor, sich wieder hochzukommen. So, dann transformieren wir uns doch direkt mal in die Möwe. Möwe. Wunderbar, Möwe. Mit der können wir auch theoretisch gegen den Bären kämpfen. Typ Möwe. Umgebung Eis. Fähigkeit A, Fliegen. Fähigkeit B, Krallen. Wasserresistenz, exzellent. Masse Mittel. Panzerung leicht. Stärke, kleine Hubkraft. Zugkraft, Durchschnitt. Fallhöhe hoch. Produktion, Mittel. Antrieb, Kerosin. Intelligenz, gering. Ja, jetzt sind wir also eine scheinbar Möwe, auch wenn es nicht so aussieht wie eine Möwe. Die Möwe hat eine lustige zusätzliche Fähigkeit, die nicht so direkt erwähnt wird in der Beschreibung in ihrem Bio. Nämlich kann man mit den Krallen auch Objekte aufheben. Gewisse Objekte zumindest. Und da ist unsere Trophäe von dem Penguin-König, die wir schon vor längerem aktiviert haben. Zu diesen Objekten zählen auch Tiere in entsprechender Größe. Man kann keine gigantischen Tiere wie den Eisbären auf Ketten zum Beispiel aufheben. Aber unser Schlittenhund hier ist deutlich klein genug, dass wir ihn mit den Krallen einfach aufsammeln können. Da hat man den Sound gehört, dass ich ihn erwischt habe. Und dann können wir samt Vogel und Schlittenhund weiterfliegen. Ja, für Stellen, an denen wir mit dem Schlittenhund kämpfen wollen, ist es sehr nützlich, ihn dabei zu haben. Außerdem, ja, ne, ist es doch nicht so praktisch, mit der Möwe an manche Sachen hier dran zu kommen. Ähm, wobei ich schätze mal, wir werden jetzt eigentlich alles mit der Möwe machen. Da vorne ist noch eine violette Energiezelle. Den Schlittenhund lassen wir jetzt einfach mal da runterfallen. Rupp. Dann müssen wir den nicht mit uns rumschleppen, weil das verlangsamt uns ja ein kleines bisschen, wie man schon gesehen hat mit der Möwe, auch wenn sie dann schneller flattert. Und da unten werden wir den Schlittenhund später nochmal brauchen können. Spätestens, wie gesagt, zum Kämpfen. Und da unten sind außerdem noch ein paar Schalter, die wir jetzt schon gesehen haben kurzzeitig, die wir gleich noch aktivieren müssen, wofür der Schlittenhund auch noch sehr nützlich sein könnte. Da sehen wir unseren Pinguin rumliegen. Den könnten wir theoretisch auch mitnehmen. Und den, wie gesagt, Schalter aktivieren und so. Dafür könnten wir den eigentlich auch schon mal da runterwerfen. Oh, bewegen wir den mit der Möwe auch hier vorne hin. Rupp, lassen den hier fallen. Wunderbar, wunderbar. So, dann gucken wir mal, ob hier vorne noch irgendwo violette Energiezellen waren, die es eins zu sammeln galt. Ich meine nämlich, jawohl, da unten vor dem Bildschirm liegt noch eine. So, hier ist übrigens auch der erste Bildschirm, mit dem wir nachher was anfangen können werden. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber merkt euch diesen Bildschirm schon mal, denn wir werden zu ihm zurückkehren. Ja, wir kehren zurück. So, ja, dann auf in den Kampf gegen den großen Kettenbären, würde ich sagen. Dafür sollten wir uns, wie gesagt, unseren Schlittenhund hier nochmal mitnehmen. Sondern wir können ihn hier vorne auf dieser Erhöhung da vorne fallen lassen. Dann können wir von da oben runterschießen. Und wenn wir da nicht runterfallen, sollte es möglich sein, ohne größere Probleme den Kettenbären zu erledigen. Rupp, so, dann lassen wir den mal kurz hier liegen. Wechseln das Tierchen hier oben. Und dann warten wir darauf, dass der Eisbär, ah, da ist er schon, vorbeifährt. Ja, dann feuern wir einfach runter. Und jetzt müssen wir natürlich sehr stark aufpassen, dass wir hier oben nicht runtergefegt werden. Denn sonst müssen wir den ganzen, oh, 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 sich außenrum wieder hochnehmen, um die Möwe wieder zu bekommen. Hat sich gerade erledigt. Wir sind gegen die Möwe geprescht und haben die Möwe runtergeschleudert. Äh, ja, jetzt können wir auch einfach runter. Was soll's. So, das ist auch irgendwie einfacher, wenn wir auf gleicher Höhe mit ihm sind. Uah, wir sehen, er legt riesige Teller mien. Ähm, ja, das war jetzt gerade zu gefährlich, an den Rand zu gehen. Deswegen bin ich jetzt mal eben auf die Möwe gewechselt. Und er schießt außerdem auf Entfernung ziemlich starke Kanonenkugeln auf uns. Und deswegen ist es mit dem Pinguin verdammt übel, gegen ihn zu kämpfen. So, aber wenn wir erstmal auf einer gewissen Höhe sind, hier mit der Möwe, kann er uns sowieso nichts tun. Also verfolgen wir ihn einfach mit der Möwe oder treiben ihn zumindest ein Stück zurück. Und dann können wir wieder mit unserem Schlittenhund drauffeuern. Das ist eine super Kombination, die Möwe und der Schlittenhund gegen den Kerl. Oh, feuern. Wir treffen ihn überhaupt nicht. Immer wieder. Ah, ein bisschen näher dran. So nah dran wollte ich dann auch wieder nicht. Ah, wieder weg. Gut, dass man die Möwe auch als Stopper benutzen kann für den Schneehund. Und ja, jetzt steht er genau hinter dem Baum. Das ist natürlich eine wunderbare Position. Ich glaube, es wäre schon fast sinnvoller, einfach die Möwe zu nehmen und ihn einfach weiter mit der Möwe anzugreifen. Jawohl, er schwankt schon. Okay, den Rest können wir auch mit der Möwe erledigen. Dafür brauchen wir den Schlittenhund jetzt nicht mehr. So, hinter ihm her. Komm her, du wankendes Mistviech. Wir wollen dich übernehmen, auch wenn wir dich eigentlich gar nicht brauchen. Ja, in der Tat, wir brauchen ihn nicht. Kann ich schon mal so ankündigen. Dieser Schneebär hier ist einfach nur da für Leute, die gerne mal gegen einen starken Gegner kämpfen, sozusagen. Ja, komm schon. Bam. Allerdings will ich ihn trotzdem übernehmen, weil es halt nur in diesem Level die Möglichkeit gibt, sein Bio zu sehen. Wie gesagt, da oben ist ein Bildschirm, den werden wir brauchen für diesen Kerl hier. Denn er ist eins von diesen Tieren, da ist er besiegt und ist auf seiner eigenen Mine ein bisschen hochkatapultiert worden. Er ist eins von diesen Tieren, die wir zum ersten Mal übernehmen, die kein Bio haben. Ja, ne? Und dadurch, dass er kein Bio angezeigt kriegt, werden wir ihn das erste Mal nehmen und hier unten kein Bildschirm in der Nähe ist, müssen wir uns jetzt erstmal was einfallen lassen, um überhaupt in die Nähe von dem Bildschirm zu kommen. Denn wie gesagt, er ist zu groß, um zu dem Bildschirm hinzukommen. Es gibt später in diesem Spiel noch mehr von diesen Viechern, aber es gibt keine Möglichkeit, zu diesem Bildschirm hinzukommen in den anderen Leveln. Nur in diesem Level hier habe ich wirklich nur Möglichkeit, sein Bio zu zeigen. So, um das fertig zu bringen, müssen wir einen kleinen Glitch ausnutzen. Eigentlich sollte es unmöglich sein, mit dem Bären hier vorne auf den Aufzug zu fahren. Er glitscht immer sofort wieder runter, wenn wir versuchen, drauf zu fahren. Wir können ihn noch nicht drauf schieben oder sonstiges. Und ja, das Spiel stößt uns sogar absichtlich zurück, wenn wir versuchen, den Bären da drauf zu legen. Bam! Er kann außerdem die Lautsprecher zerstören. Er ist auch nicht in der Lage, diese Schrecken hier hochzufahren. Also, was wir machen müssen, wir legen uns ein Tier, in diesem Fall hier den Vogel, davor und versuchen, über den Vogel hier auf die Plattform zu fahren. Jawohl, wir haben es geschafft. Und jetzt fahren wir weiterhin gegen die Wand, pressen uns dagegen, dass wir nicht abgestoßen werden. Und so können wir den Lift nach oben benutzen. Das sah jetzt sehr simpel aus, aber in der Tat ist es eigentlich eine recht schwierige Angelegenheit, den Bären da hochzukriegen, beim ersten Versuch, fand ich es zumindest. So, jetzt können wir auch mit dem Eisbären hier vorne in Ruhe zu dem Bildschirm hin tuckern. Außerdem können wir ihn gleich auch benutzen, um hier vorne die Schalter zu aktivieren und er kann für uns mal eben, bam, diesen Pinguin hier vorne erledigen, der sich sowieso nicht wehren will. Ja, so einen großen Bären zu benutzen, um den kleinen Pinguin zu töten, ist ein bisschen Overkill, aber naja, ich treffe den Pinguin sowieso nicht, wie man gerade bemerkt. So, jetzt die Mine sollte aber in Reichweite liegen. Und, ja, komm, explodier. Bam! Hat ihn getroffen. So, jetzt wehrt er sich auch. Und jetzt ist er auch in Reichweite gewesen, dass wir auf ihn schießen konnten. Tja, die Ironie, sehr ironisch. Er stand weit genug auf Reichweite, dass wir ihn nicht abschießen können und weil er sich wehren wollte, ist er in unsere Reichweite gekommen. So, ja, wie gesagt, dann gucken wir uns mal die Biografie an diesem Bildschirm an. Typ Polarpanzer, Umgebung Eis, Fähigkeit A Kugeln, Fähigkeit B Minen, Wasserresistenz exzellent, Masse groß, Panzerung mittel, Stärke stark, Zugkraft sehr gut, Fallhöhe mittel, Produktion sehr lang, Antrieb fusion, Intelligenz sehr gering. Naja, ne? So sehr gering fand ich sie gar nicht. Er hat sich eigentlich recht intelligent gewehrt im Gegensatz zu vielen anderen Monstern, die sich einfach... äh, Tieren, wieso sag ich heute immer Monster? Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren, die sich einfach nur haben erledigen lassen. So, ja, wir sehen übrigens auch, wir können auf unseren eigenen Minen stehen bleiben und uns in die Luft sprengen. Das wollte ich einfach mal gezeigt haben. Das macht uns keinerlei Schaden, das zu tun. Das ist irgendwie merkwürdig. Und ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal wieder den Pinguin hier vorne, denn ich will den Polarpanzer jetzt nicht mit nach unten schleppen, weil, wie gesagt, der Polarpanzer, den wieder hochzukriegen, ist ein bisschen nervig. Und dann können wir uns unsere merkwürdige Möwe hier wieder mitnehmen. Rupp! Wunderschön. Nehmen eben den Aufzug, weil der ist schneller, als mit der Möwe da jetzt außenrum hochzufliegen, logischerweise. Und dann können wir die Schalter hier vorne mit Tieren vollsetzen. Mal sehen, haben wir jetzt überhaupt noch genug Pinguine hier gehabt? Da müsste ich gerade mitnehmen sollen. Egal. Gucken wir erstmal, wie weit wir die Schalter belegt bekommen. Ich hoffe, das ist mit dem Polarpanzer jetzt nicht zu schwierig, den auf den Schalter draufzulegen. Denn obwohl da so ein gigantisches Tier ist, haben diese Tiere meistens ein Problem damit, dass sie von den Kanten von den Schaltern trotzdem runterrutschen. Und es dann manchmal ein bisschen schwierig ist, sie wirklich auf den Schaltern draufliegen zu lassen. Das ist eine Sache, wofür die Pinguine in diesem Level in der Tat gut wären, wenn wir die Pinguine von da unten alle hier hochschleppen würden. Das wäre kein Problem, mit denen einfach die Schalter zu besetzen. Ja, dann gucken wir mal, dass wir mit dem Polarpanzer so ein Ding hier vorne besetzt kriegen. Mal gucken, ob es gut funktioniert. Ich hoffe ja mal schon. Rupp! So, wieder rüber in den Vogel. Nee, ich habe es gerade nochmal knacken gehört. Der Schalter ist wieder ausgegangen. Ach, komm schon. Schieb den Polarpanzer. Schieb den Polarpanzer. Schieb den Polarpanzer. Naja, es hat wieder zweimal geknackt. Äh, ja, das könnte ein bisschen schwierig werden, den da draufliegen zu lassen. Ja, außerdem, wie gesagt, haben wir hier zu wenig Pinguine, wie ich gerade schon mal vorausgesagt habe. Ach, komm schon. Bleib draufliegen. Immer noch nicht. Dann müssen wir ihn wahrscheinlich als letztes machen, befürchte ich. Äh, tut mir leid, wenn das Bild gerade ein bisschen gesprungen ist. Ich habe gerade einen Aufnahmefehler gesehen. Ja, dann schnappen wir uns mal wieder den Schneehund von uns hier unten und bringen den als nächstes Gewicht mit nach oben. Der ist näher dran als die Pinguine. Und der ist ja auch relativ klein, von daher sollte es kein Problem sein, mit ihm zumindest einen Schalter zu belegen. Lalalala, bringen wir den mal auf den rechten Schalter hier vorne. Und, wupp. Ja, wunderbar. Ich glaube, er bleibt auch draufliegen. So, und dann legen wir die Möwe auf den letzten Schalter. Ach Gott, jetzt macht die Möwe auch noch ein Problem. Ich glaube es ja nicht. Ja, komm schon. Bleib draufliegen. Böse Möwe. Bleib auf dem Schalter liegen, du verdammtes Viech. So, möglichst in die Mitte springen. Ja, nein! Oh Gott, mein Gott, wurde die weit weg katapultiert. Dann hat sie den Schalter doch wieder aktiviert. Was zur Hölle? Also, bleibt jetzt drauf oder nicht? Ja, bleibt drauf. Wunderbar. So, und in den Polarpanzer. Jetzt sollten wir es geschafft haben. Wunderbar. Wir haben alle vier Schalter aktiviert und damit unser letztes Ziel erfüllt. Sobald es sich denn mal aktiviert. Ja, wir aktivieren hier nämlich jetzt durch diese vier Schalter ein kleines Feuerchen, die wunderbar gleichmäßig die Statue des Pinguinkönigs da oben schmelzen. Ja, so müssten normale Eisskulpturen mal schmelzen. Schön gleichmäßig an allen Kanten, sodass die Form jederzeit erhalten bleibt. Aufgabe erfüllt! Du hast die Statue zerstört und der Teleporter ist aktiv. Ja, damit haben wir die Trophäe, sämtliche Energiezellen, mal wieder. Und dieses Feuer hier unten ist übrigens in keiner Weise schmerzhaft für unser Tier, interessanterweise. Und das heißt, wir können den Teleporter betreten und haben das Pinguin-Gehege hinter uns gebracht. Ich glaube, das ist das längste Level, das wir bis jetzt gespielt haben. Ich glaube, wir haben sonst für kein Level so dermaßen lange gebraucht. Bang! Autsch! Haha! Das gefällt mir immer, wenn der an sich wehtut. Und Pinball Blizzard, meine persönliche Lieblingsmission dieses Spiels, ist dann unser nächstes Ziel. Ja, Pinball Blizzard, da kann man wunderschöne Musik machen in diesem Level. Ach ja, allerdings gibt es doch eine sehr merkwürdige Szene. Da kommen wir aber erst beim nächsten Mal zu. Bis dahin, see ya!